Herzlich willkommen bei asef-windnode.de, dem Portal für innovative Stadtwerkeprojekte im Rahmen von Windnode. Diesmal möchten wir Ihnen das Projekt Flüssigeiserstellung am ILK in Dresden mit Herrn Markus Honke vorstellen. Unser Projektbeitrag ist folgender. Wir haben ein Flüssigeisspeichersystem entwickelt, was sehr effizient Eis erzeugt und dieses in Kombination mit regenerativen Energien sinnvoll einsetzbar ist im Bereich Gebäudekühlung oder Prozesskühlung industrieller Prozesse. Für Stadtwerke hat es den ausgesprochenen Charme, dass durch verstärkten Einsatz regenerativer Energien, also volatile Energien, es möglich ist, durch Speichersysteme Bedarfe und Angebote besser in Übereinklang zu bringen, also Bedarfskurven zu glätten und es kann sozusagen, sagen wir mal, offensiv eingesetzt werden, um Überschussstrom aus dem Netz zu nehmen, in Form von thermischer Energie zu speichern und dann bei Bedarf an Verbraucher oder Kunden wieder abgegeben zu werden. Bis zum nächsten Mal. Willkommen an Bord. Jetzt liken, abonnieren und Glocke aktivieren.